Hallo, ich bin's, der Klaus von Minilab. Ich bin am 3. Juli auf der Ideen Expo in Hannover. Kommen Sie doch mit Ihren Kindern vorbei, dann können wir gemeinsam experimentieren. Ich bringe zwei tolle Versuche mit. Zum einen das Farmrennen, wo wir schauen, welche Farben in einem schwarzen Filzstift stecken und wir lassen Gummibärchen in einer Taucherglocke, auf dem Grund einer Schüssel tauchen. Sie finden mich in Halle 9 am Stand Chini verbindet. Ich freue mich auf Sie!